Herzlich Willkommen bei ZM20BAU-TV. Wir blicken in BA13 auf K19 oder K20. Das kann ich nicht so genau sagen, spielt aber auch keine Rolle. Wichtig ist, hier geht es in die nächste Etage. Das heißt, die untere Armierungsschicht oder Ebene ist komplett drin. Eine alternative Reisemöglichkeit nach Bad Cannstatt besteht auch mit der RB nach Schwäbisch an Hessenthalia von 1626 gleich 16 Vorderabschnitte B bis D. Und eine alternative Reisemöglichkeit nach Bad Cannstatt, Hesslinge-Blochkin mit der RB nach Holenberg von 1629 gleich 16 Ebenen, Abschnitt E bis G. Wiederhole eine alternative Reisemöglichkeit in Richtung Bad Cannstatt-Blochkin-Blochkin mit der RB nach Schwäbisch an Hessenthalia von 1626 gleich 16 Vorderabschnitte B bis D. Und eine alternative Reisemöglichkeit nach Bad Cannstatt-Blochkin-Blochkin-Slinge-Blochkin mit der RB nach Holenberg von 1629 gleich 16 Ebenen, Abschnitt E bis G. Und eine andere Revolution arbeit ist hier. Die Information zum Diagnost nach Osterboden her von 16.28 Uhr, ca. 5 Minuten später, weiter von 36. Wir holen die Information zum Diagnost nach Osterboden her von 16.28 Uhr, ca. 4 Minuten später, weiter von 36. Bis zur Zug wird jetzt nach 36. bereitgestellt. Die Information zur S6 nach Beiderstadt mit S60 nach Böblingen her von 16.33 Uhr, dieser Zug steht heute am S4, Hauptbahnhof und Pro. Blick auf K16 in BA12 und östliche ist Seitenwand, diese Stütze hat jetzt ihre Schalung bekommen. Und ich wollte nochmal zum nächsten Fenster rausschauen. Den von hier müsste man den nächsten Kelchfuß sehen. Da wollte ich nochmal reinzoomen. Abstands-Stücke sind drin, also da wird's bald. Da wird's bald. Ich denke, wir sind da. Ich bin da. Mit der Schalung. Mit der Schalung. Weiter gehen. Da ist immer noch Fehl. Oder ist immer noch ein Kleiner? Bist du in die Costa-Catferien. Bist du in die Schalung? Bist du in die Schalung? Bist du in die Schalung. Wie ist das, werden wir mit den Schalung? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ja alles fertig. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao!